Ah, scheiße. Sie wissen nicht ganz, wo ich bin. Das ist schon mal mein Vorteil. Oh, jetzt kann ich nicht ballern. So, im Gegenteil gesichert. Schnell weg hier, Alter. Na, fein. Wird ein harter Weg. Geht so fällige Munition. Schööööön. Gut. Da kommt jemand. Fertig. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hei, 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 hei. Von oben hast du gute Sicht. Geh dort hoch. Okay. Okay, ändere meine Position. Anderson, meine Position. Haha, Anderson. Naja. In Deckung bleiben. Ruhig. Ah, noch mehr Munition. Position. Mal schauen. Ich kann auf der anderen Seite sieben Feinde zählen und die haben XM-8 Sturmgewehre. Misch sie auf, ich bin bereit. Erste Markierung hinter Holzbau. Verstanden. Ich bin an ihm dran. Ja. Ich will nur mal sicher gehen, Leute. Gute Arbeit. Der nächste. Zwei Kerle stehen ideal für einen Doppelkill. Ja, ich sehe sie. 50 Dollar, dass du die beiden nicht mit einem Schuss erledigen kannst. Ja, nicht wenn sie so gehen. Ich hab 50 Dollar gewonnen. Ich hab 50 Dollar gewonnen. Der andere einfach nur einen Herzinfarkt. Nur wenn du meinst. Noch einer, rechts. Arschloch. Ziel verdeckt an meiner Seite. Kein Schuss. Ich hab strifft die Glocke, um ihn rauszuholen. Hat letztes Mal toll funktioniert. Ich mag Recycling-Strategien. Übung macht den Meister. Guter Schuss. Jetzt. Ersteck. Der Schuss! Der Stroller. WTF? Die meisten der Herr, der mich jetzt erwischt? Kein Braun! ... in Deckung bleiben, ruhig, Position, nachschauen. Ich kann auf der anderen Seite sieben Feinde zählen und die haben XM-8 Sturmgewehre. Freut mich! Misch sie auf, ich bin bereit. Erste Markierung hinter Holzbau. Verstanden, ich bin an ihm dran. Komm. Schlechte Position, Alter. Okay, ist noch alles ruhig. Alter! 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 ... ... Ihr Kleinen.. ... doofen Jungs. Willst du mich jetzt verarschen? Auf ganz hohem Niveau werde ich mich jetzt wahrscheinlich verarschen hier gerade. Zack, habe ich ihn auch. Kein Problem für mich. Die beiden sehe ich irgendwie nicht so richtig. Mit einer Deckung. So, die sind erledigt. Ich bin nur noch die beiden da hinten. Die kriege ich noch nicht. Das heißt, wir müssen hier ran. Das heißt, wir nehmen uns mal Munition mit. Boah, H-Man, der größte Held in deiner Welt! Oh, wo geht's noch runter? Hier geht's runter. So den Pister verstecken sie aber auch gut. Wir könnten schon längst, äh, Versteigungen gefeuert haben. Hier haben wir was. Zurück zur Zielmarkierung, Soldat. Ja, ich krieg's du doch nicht. Willst du mich jetzt rollen? Öh, Knarf! Schlechte Idee. Roller. So. Geh da runter, bevor noch mehr kommt. Benutz die Treppe! Sieh eine an. Ein Waffenversteck. Anhand der Größe würde ich denken, dass es eins ihrer Hauptlager ist. Waffen, Munition, Sprengstoff. Das muss eins ihrer größten Munitionslager sein. Lade nach. M8 ruhig gestellt. Danke. Hab dir das C4 und platzieren paar Ladungen. Okay. Mach ich. Und was machst du? Du machst wahrscheinlich gar nichts, ne? Achso, ihr habt das C4 da aufgenommen und musstet jetzt hier platzieren. Okay. Ich weiß natürlich genau, wohin ich sie hängen muss. Okay, Ladungen sind platziert. Okay, lass uns abhauen. Wir zünden die Ladungen, sobald wir weit genug weg sind. Beeilung! Sind wir weit genug weg? Spähe ja voraus. Schau, was du findest. Das sollte weit genug sein. Zeit fürs Feuerwerk. Boom, Baby. Das hört sich nicht gut an. Lauf! Das Höhensystem muss instabil sein. Es war gar nicht so viel C4. Oh, oh. Ich bin bereit. Los, los, los. Nach rechts. Okay. Hier durch. Okay. Ja, mach ich. Beeil dich oder wir schaffen es nicht. Ich bin direkt hinter dir, Kollege. Du bist der Lahmarsch hier. Warte, nu. Yo. Links. Yo. Beeil uns. Ja. Spring. Okay. Bewege deinen Arm. Mach ich. Oh, scheiße. Schneller. Yo. Mein Figo kann nicht mehr. Nach rechts. Hier, Cole. Bei mir. Yo. Links. Auf dem Weg. Das ist rechts. Das ist hoch. Okay. Das heißt, wir sind jetzt zurücklaufen, aber der Expediter war alles. Das wird knapp. Ja, finde ich auch. Wieso exaktiv sind hier alles? Ich renne schon. Nee, das war's schon. So. Cool. Das war mein Level. Sehr umfangreich. Das kann ich als eine Folge rauskneiden. Ja. Egal. Dann machen wir halt eine Folge daraus. Gut. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und, ähm. Ja, hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Das ist, äh, keine Ahnung. Das ist, äh, keine Ahnung. Das ist, äh, keine Ahnung.